Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Wir haben jetzt gerade 1.21 Uhr, der 11.07.2013. Ich bin auf dem Weg von Frankfurt Richtung Rheinland. Und der Bruder Bilal, der hat mich gerade daran erinnert, zwei Rappern aus Frankfurt. Und zwar Mimon und Sadiq, denen eine Ermahnung zu geben. Da habe ich gedacht, da mache ich direkt eine Ermahnung an die ganzen muslimischen Rapper in Deutschland. Von Bushido bis Haftbefehl, alle drum und dran. Alle, die sich dem Islam zu schreiben, alle, die islamische Wurzeln haben, eine kleine Ermahnung zu geben. Liebe Geschwister im Islam, wir haben nun den Monat Ramadan und das kann dein letzter Monat sein. So sicher wie du hier sitzt oder wie du irgendwo sitzt oder hörst oder liegst, so sicher wie du lebst, so sicher wirst du sterben. So sicher wie es ist, dass du geboren wurdest, so sicher wird irgendwann dein Körper versagen. Und dann wirst du sterben. Natürlich, du wirst vielleicht sagen, ja, das habe ich schon immer gewusst, aber wir brauchen immer wieder diese Ermahnung. Und du weißt nie, wann du sterben wirst. Der Tod kann morgen schon kommen, der Tod kann heute noch kommen. Dein Herz lässt du nicht selber schlagen, sondern dein Herz schlägt praktisch von alleine, beziehungsweise durch die Allmacht Allahs. Und wir haben nun den Monat Ramadan und vielleicht haben einige noch gar nicht angefangen zu fasten, vielleicht haben einige schon große Sünde gemacht, aber es ist nie zu spät. Und der Prophet, der Prophet a.s.w. hat gesagt, dass Allah die Taube des Dieners annimmt bis zu seinem letzten Atemzug. Allah nimmt die Taube eines Dieners an, solange nicht bis zu seinem letzten Atemzug, das heißt bis die Seele zu seinem Hals hochgekommen ist. Und der Prophet a.s.w. sagt auch, Wer Taube macht, bevor die Sonne im Westen aufgeht, so wird Allah ihm vergeben. Dies ist der Monat der Taube. Und es gibt manche Leute, die denken, ja, mir wird Gott sowieso nicht vergeben, das ist falsch. Liebe Geschwister im Islam, es gab Leute, die haben den Propheten a.s.w. 20 Jahre bekämpft, wie Khalid ibn al-Walid, und er wurde später Seyfullah al-Maslul, ja, das Schwert Allahs. Deswegen, niemals an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln. O meine Diener, die ihr euch selber Unrecht angetan habt, verzweifeln nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt alle Sünden, er ist wahrlich der Vergebene der Barmherzigen. Aber was muss man tun, damit Allah einem vergibt? Man muss erstmal beabsichtigen, man muss erstmal diese Sünde bereuen, dass man sie innerlich verabscheut, was man getan hat, sei es Unzucht, sei es Drogen, sei es was auch immer. Als zweites muss man von dieser Sünde Abstand nehmen. Als drittes die feste Absicht haben, nie mehr zu dieser Sünde zurückzukehren. Und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Es ist nicht zu spät, solange man noch lebt. Dieser Monat ist noch da. Und wenn die Sünde mit anderen zu tun hat, dann muss man ihm das Recht zurückgeben. Wie zum Beispiel Geld und so weiter und so fort. Dieser Monat ist ein Monat, der über Paradies und Hölle entscheiden kann. Stell dir vor, du wüsstest, dass dieser Monat, dass du so in diesem Monat arbeitest, dass Allah dein Herz verändert. Dass Allah deinen Iman so stärkt und dich dafür belohnt, dass du dich einen Monat angestrengt hast, indem er dein Herz verändert und du aus diesem Monat rauskommst und diese ganzen schlechten Angewohnheiten, die du hast, sei es Drogen, Frauen, schlechte Dinge, Gewalt, was auch immer, dass du diese Dinge auf einmal hast. Allah kann dein Herz verändern. Allah sagt in den Sud al-Huj-Jurad, das ist die neunfeste Sura, Aber Allah hat euch den Iman schön gemacht, lieb gemacht und in eurem Herzen verschönert. Und hat den Kuffer, den Unglauben und die Frevelei, die großen Sünden und die Übertretungen in eurem Herzen verabscheuend gemacht. Wie macht man das, indem man sich 30 Tage vornimmt? Oh Allah, 30 Tage. Stell dir vor, schalt mal 30 Tage dein Telefon ab. Sagen wir mal 30 Tage, komm, diesen Monat ich will fasten, ich will mir von Sünden Abstand nehmen, das Radio ausschalten, ich möchte abends die Tarawih-Gebete beten und ich möchte diesen Monat für Ibarra nutzen. Nur einen Monat. Das Trainingslager für den Iman und inshallah kommst du als anderer Mensch raus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen verzeihen und uns als andere Menschen, als bessere Menschen aus diesem Ramadan, aus diesem Trainingslager für den Iman rauskehren lassen. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdikashar wa la ilah iland. Stafurka wa atubu ilayki.